Wir leben eine Lektive Philosophie vom Label E.Jolang. Für uns sind Menschlichkeit und Toleranz ganz wichtige Werte. Und wir möchten mit dem ein Zeichen setzen, vielleicht auch um andere Unternehmen zu motivieren, Leute einzustellen mit einer Beeinträchtigung, dass sie irgendeinem Platz in der Arbeitswelt finden wollen. Wir haben schon jetzt Menschen mit einer chronischen Krankheit, die bei uns arbeiten. Sie arbeiten nur Teilzeit, können aber in der Zeit, in der sie arbeiten, die volle Leistung bringen und sich nachher zu Hause ausruhen. Wir haben auch langjährige Mitarbeiter, die nach Umfällen oder Krankheit den Widerrüstung probieren und einfach in ihren Möglichkeiten hier arbeiten. Uns ist durch Mischung bei den Mitarbeitern ganz wichtig. Wir sind ein bekannten Ausbildungsbetrieb in der Schweiz. Wir bilden immer acht junge Fleischfachleute aus. Wir setzen auf unsere älteren Mitarbeiter. Wir haben sicher zehn Mitarbeiter, die eigentlich schon pensioniert sind, aber noch Teilzeit weiter arbeiten und so langsam ins Rentenalter gehen.